Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us 2. Ja, in der letzten Folge waren wir der WLF auf der Spur und haben mitbekommen, ah, da ist doch einer gewesen, der die anderen, naja, hier wohl ein bisschen zu Leibe gerückt ist und offenbar war es Tommy. Okay, dementsprechend sind wir jetzt auf der Spur Tommy hinterher, also besser gesagt, Tommy sind wir auf der Spur und hoffen natürlich, dass wir jetzt dann zeitnah ihn verfolgen können. Gehst du mal, Dina? Ich will hier nicht einfach, achso, ich kann hier einfach runterspringen, na super. Super, und heute müssen wir auf jeden Fall erstmal über das Osttor, Ost 1 mit dem Code 7302. Ganz ehrlich, hier hätte man noch locker rüber reinspringen können. Oh, und es fängt auch noch an zu regnen, na super. Ich weiß. Alles in Ordnung. Schön war es nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, werden die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt. Du gehst zum Generator. Ich mach das Tor auf. Weißt du noch den Code? Der mit Blut geschrieben war? Ja. Genau der. Das war jetzt mal eine einfache Nummer. Habs! Und ich... Schade, dass wir natürlich die Konversation abgebrochen haben. Wir sollten irgendwo ein Lager aufschlagen. Vielleicht weiter oben, dann haben wir das Gebiet im Blick. Klingt gut für mich. Wahrscheinlich, ja. Okay. Suchen wir ein offenes Gebäude. Vorzugsweise ohne Infizierte. Oder... WLF. Offen? Wurfs. Wie auch immer. Hm. Ich hab noch diese Mandeldinger, falls du Hunger hast. Hm. Nein, danke. Du solltest etwas essen. Mandeldinger? Oh mein Gott. Was? Ich kling gerade wie meine Mutter. Ich brauch nichts. Wahrscheinlich müssen wir da lang. Ja. Wenn hier, dann gibt's nichts. Oh mein. Offenes Gebäude sollen wir suchen. Hm. Ich lege mal, könnt ihr doch hier überall irgendwo mal rüberklettern? Gucken, was es hier so gibt. Aber nein. Äh, hier unten rechts. Nein. Schimmer. Dina. Schnapp die andere. Verliert sie nicht. Los. Dina. Die Jäle. Die Jäle. Die Jäle. Zu dem Arsch. Na toll. ach hätte nicht gedacht ich noch mal zu sehen der gute meine wie hast du uns gefunden mich gefolgt hat nach dem typen mit einer scheißhäßlichen narbe gefragt sehr lustig wie viele sind noch hier nur ihr beide du kannst das nicht stoppen jordan du solltest nach der anderen aufschau halten was ist denn hier los hey der schmuggler den wir in jackson gekillt haben dieses mädchen war da sie sind hinter uns her deshalb war nicht so zugerichtet wir müssen sie zu isaac bringen und ihm genau sagen was hier los ist ja ich habe gerade mit der sich gesprochen wir haben einen neuen auftrag alle eindringende töten moment moment das ist doch fälliger schwachsinn ist ein befehl nein reden wir mit ihr um herauszufinden was egal was sie weiß du hast gesehen wozu sie fähig ist du weißt doch gar nicht wie viele leute sie dabei hat das könnte ein hinterhalt sein wir finden sie kannst du nicht bitte einmal kurz dein wir finden sie nicht so gut auch wir finden die 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 Hey, hey, hey. Gebt mir die Glasschabe. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich mich auch weilen. Lass Dina in Ruhe. Lass Dina in Ruhe. Lass Dina in Ruhe. Wir sollten gehen bestimmt hat jemand die Schüsse gehört Sie gehört zu ihnen Na los, zieh dir den später an War da ein TV-Sender auf der Karte? Ich hab keine Ahnung Komm, fuck Ellie Na toll Ähm Deckung Ja, Freundchen Wo ist es? Ich bin krank Das hast du nur davon, du auch Arsch Müssen wir das? Erstmal schön alles einsammeln, was wir kriegen können Oh, ja Oh, Mann Das heißt, wir müssen jetzt zu nem TV-Sender Haben die unser armes Pferdchen umgebracht Die Schweine Da wird's doch gleich wieder weitergehen Ich würde mal sagen, wir machen die erstmal ein bisschen kalt Dann werden wir danach erst weitergehen Los, alles absuchen Pass auf, Leute rechts Ey, der hat doch ne Waffe fallen da drin Wo? Hä? Ach da Ey Wem werd ich denn hier die ganze Zeit geschossen? Ach, da hinten sind noch mehr Ja, na toll Uh, da kommt einer Scheiße, wo sind sie? So, schön ins Gesicht Bitte lächeln, sag ich da nur Wahrscheinlich nicht Gibt's denn hier noch irgendwas zum einsammeln? Ja, Klebeband Oh, ein Projektor Das ist ne Schule, oder? Ah, ja Ich glaube, ich hab ich schon besser machen können Ach, scheiße, wir brauchen noch Scheren Scheren Schere, Schere, Schere Messergabe, Schere, Licht Spiele mit Delly nicht Hier haut ihr eine Schere rein Danach kannst du nur noch blutend auf dem Boden sein Oh ja Schockerregel Es gibt hier weiter keine Karten Oder ähnliches zum einsammeln Hier irgendwas liegen geblieben Natürlich nicht Riechen Riechen Aufpassen Sofort alle hier runterkommen Mehr von denen Woher kamen diese Schüsse? Ich weiß nicht Durchsucht den Hof Du, übernimm die Cafeteria Ich bleibe hier Okay Hochkapitrier, okay. Geh weg, Alter. Geh weg, Alter. Geh weg, Alter. Geh weg, Alter. Moin Blase, wo bist denn du, hm? Da drüben anscheinend. Geh weg. 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 Geh weg, Alter. 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 Wohl, da ist ne Bike-Bug, oder? Er ist weg. So, da haben wir zwei, das heißt, der dritte noch immer da drüben. Oh, da liegt die Waffe, die Waffe, kann ich die mitnehmen? Warum kann ich die Waffe nicht mitnehmen, die jetzt hier liegt? Ja, jetzt. Achso, ich denke, er ist tot. Oh, da geht's mal, die Tue zu machen. Isaacs Auftrag in den Sammelobjekten gefunden, das lese ich mir aber, ehrlich gesagt, später durch, wenn wir hier durch den ganzen Mist raus sind. Oh, komm schon. Verschlossen? Echt jetzt? Warum ist das Ding jetzt verschlossen? Oh, echt? Okay, wir müssen anscheinend... Was ist hiermit? Ach, okay. Versuchen wir's. Macht schon. Oh ne, jetzt haben die Hunde. Hier. Komm. Wir müssen aus dieser Schule raus. Sofort. Oh ja. Und wir müssen jetzt zur Straße runterkommen. Und wir müssen da rüber. Und wir müssen da rüber. Oh man. Freunde, Freunde, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Wir müssen zur Straße. Ach echt. Aber da ist die Schule. Wahrscheinlich müssen wir durch die Schule durch. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Hey, wir haben erstmal den Großteil geschafft. Oh ich sehe jetzt gerade erst. Da liegt ja eine Playstation. 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 Playstation 3 mal wieder. Keine Playstation 4. Oh ja. Munition ist aber gut. Ich nehme mit. Aber nichts, leider. Ich weiß, dass ich eine Menge zusätzlich habe. Aber warum sollte ich jetzt nochmal verbessern? Also gucken wir uns mal noch die Wohle an. Oh oh. Du. Es ist bei diesen hohen Gebäuden. Okay. Holen wir uns Lia. Genau. Holen wir uns Lia. Aber Freunde, das werden wir in der nächsten Folge erst tun. Wenn es heißt, wieder The Last of Us 2 hier auf meinem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Etwas in den Kommentaren da lasst. Einen Daumen nach oben oder auch allgemein mich gerne weiterempfehlt, wenn ihr möchtet. Und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage nur noch, ciao, ciao.